herzlich willkommen zu einem neuen shop video wenn ich die videos hier gefallen würde ich mich natürlich über ein abo freuen wir haben mittlerweile die 76 abonnenten erreicht das heißt für nur noch 24 bis 100 und ich würde mich echt freuen wenn wir das noch diesen monat schaffen laut den statistiken ist es möglich allerdings natürlich super super knapp deshalb um mich da zu supporten lasst gerne ein abo da schreibt mir gerne auch feedback in die kommentare und gebt auch dem video ein like würde mich auf jeden fall extrem freuen und heute kommt ja auch noch das update dazu wird dann später ein video kommen wenn ich wieder zu hause bin ich habe heute etwas früher schluss ganz nice das heißt vielleicht bin ich sogar je nachdem wie lange das update dann braucht er relativ pünktlich zu hause wird direkt das stream angehauen video gemacht und so könnt euch auf jeden fall freuen und jetzt schauen wir in item shop rein wir haben heute neun gefährten oder das erste mal ist ein gefährter im shop ist und hier auf der linken seite beginnen wir erst mal mit dem velocity skin ist eigentlich ganz cooler skin allerdings für einen legendären hätte ich da ein bisschen mehr erwartet ja ist die weibliche version vom raptor skin ich glaube das war der erste legendäre skin da ist jetzt aber auch nicht speziell ist die beiden skins finde ich als legendäre relativ uninteressant dazu gibt es noch den sturmbomber als gleiter ein theoretisch sieht er ganz cool aus ist jedoch ziemlich groß und etwas lauter deshalb ich bin immer kein fan von custom gleitern ich benutze eigentlich nur regenschirm weil die die leisesten gleiter sind und das eigentlich immer nur behindert dann aber dem die party leben spitzhacke die spitzhacke ist natürlich ein ziemlich cool ist eine epische spitzhacke die sogar 1500 wie box kostet weiß gar nicht kostet nicht normalerweise spitzhacke 1200 es sind blaue spitzhacke also 1500 wie box für eine spitzhacke ist natürlich ganz schön viel und ich finde ziemlich laut und auch ziemlich groß sieht natürlich ganz cool aus aber ja wenn ich irgendwie ein bisschen zu viel dann haben wir heute den rocky gefährten der sieht ein bisschen ähnlich aus wie der wuffel gefährte die nicht drauf habe ich würde sagen dass in etwas kleinerer hund und hier rocky ist noch mal ein etwas größerer hund sieht eigentlich ganz nice aus weil ich immer kein fan wirklich von gefährten bin wobei ich sie eigentlich auch mal öfter spielen könnte als auf jeden fall ganz nice dass ich hier drin ist 1000 wie wachs ja sind glaube ich in ordnung dafür ich hätte vielleicht etwas günstiger gemacht ja aber 1000 wie wachs sind auf jeden fall jetzt nicht allzu teuer aber die schlürf lackierung ist eine ganz nice lackierung eben halt in den klassischen schlürf saft farben hier mit dem pinken sind hier dem blauen saft ich auf jeden fall nice aus fällt man die lackierung ist allerdings auch nur 700 wie box lackierung aber geht trotzdem denke ich mal klar aber die spiel spezialisten ist denke ich mal ganz nice skin ja gefällt mir auf jeden fall dann haben wir lass es regnen dem mut war auch schon lange nicht mehr drin und für 500 wie box ist es ist er da rund 200 wie box sein können aber es ist in ordnung dann haben wir den golfschläger ja hatten ganz nice sound sieht eigentlich auch nicht schlecht aus ist in ordnung auf jeden fall aber elektro swing hat eine coole musik und die move sehen auch cool aus passt auf jeden fall dann haben wir den birdie charakter der skin ist ja sehr sehr ähnlich zum hier zu dem skin hier bei dem der voli meisterin ist der birdie skin im halt auch relativ ähnliches im halt sozusagen die gold version davon ist aber auf jeden fall ganz nice skin ich hätte mir jetzt vielleicht nicht beide gekauft ja dann haben wir noch zusammenreißer ist ganz in ordnung ist auch nur zu einem vier box die mode passt also dann gucken wir mal in den rett die welt modus rein und gucken was dort heute alles drin ist so im item shop haben wir heute ein waffen lama lohnt sich nicht ähm ja die meisten lamas lohnt sich so dass so immer nicht ähm ähm ne röntgen lama slot außer vielleicht manchmal upgrade lamas wenn auch für 50 wie wachsen überleben zu bekommen oder eine falle zu bekommen noch ganz in ordnung ist aber für 200 bux oder mehr lohnt sich das wirklich nicht das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten video und ciao